So, grüß den Kollegen miteinander. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast zu Gast und zwar den Herrn Gernot Damann, den Landtagsabgeordneten. Nicht richtig. Noch einmal. Landesrat, Entschuldigung. Sag nochmal, ja. So, grüß den Kollegen miteinander. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast zu Gast und zwar den Herrn Landesrat Gernot Damann. Er ist FPÖ-Chef von Kärnten und der Herr Damann würde gern Landeshauptmann von Kärnten werden. Grüß Gott, Herr Damann. Grüß dich. Es geht Schlag auf Schlag. Der Warnhammer mit Petotschnikons. Wo so ist? Jetzt extra jausen, ich kriege das für Sie. Eigentlich wollte ich ja Paella kuchen, aber meine Frau hat gesagt, die Sushi isst mir selber. Das passt mir gut, das Jager passt mir das gut. Wenig so ein Speck, da kann ich ruhig was anlegen. Trinken, Soft oder Bier? Ich werde heute einmal Saft nehmen. Soft. Bier gibt es sonst auch genug. Ja, wie so ein Apfel-Gouran-Amaracuja-Likör. Selber gemacht natürlich. Wunderbar. Wenn es den Hof hergibt. Nicht gefleilert von der Opa. Zum Wohl. Prost. Sie haben ja eigentlich, an und zu ist es keine schlechte Ausbildung, nicht? Fertig studiert, so Jus-Bewähler oder irgendwas, mit Magistern. Wenn Sie jetzt oft nach Wien schauen, werden Sie noch nicht neidisch, wenn Sie sehen, dass ein Parteikollegen, ich habe gerade einmal, was weiß ich, die Hauptschule fertig und die haben die besseren Amtlnens wie Sie. Ich bin in die Politik gegangen, damit ich etwas bewegen kann. Ich habe davor auch in der Privatwirtschaft bei der Bank für Kärnland-Steiermark eine verantwortungsvolle Position gehabt. Aber ich wollte einfach in der Politik etwas gestalten und ich glaube, da braucht es dann nicht unbedingt einen Titel, weil es gibt einen gescheiten Spruch, nicht der Titel macht den Mann, sondern der Mann den Titel. Ich sage, das ist auch geschlechtsneutral für alle, die das dann kritisieren. Das Problem ist jetzt, mein Bub, er geht jetzt dritte Klasse für Hölkschule, er sagt, er will nachher näher mal ins Gymnasium, er geht vielleicht in Sonderschule, weil er braucht nichts, kann ich nicht wie ein Politiker werden. Jetzt haben wir das Thema schon. Oft ist es ja schon gut, wenn man eine Ausbildung auch hat, oder? Es wäre gescheit, wenn du etwas machst, mit dem du auch etwas richtig anpacken kannst. Und das ist ja eines der Problemstellungen in unserem Land, dass für die Facharbeiter eigentlich nichts mehr übrig ist in der Politik. Und viele, alle nur über die Universitäten, über die Fachhochschulen reden, die natürlich wichtig sind. Aber wer wird denn die bauen, wenn du vorher keine entsprechenden, hemmzellemeligen Jobs mehr machst? Ja, das machen wir das Rettbewerb, das besprechen wir noch über diese Themen. Ich habe ja gesehen, Sie sind ja gar nicht bei so einer deutschen Burschenschaft, sind Sie nicht dabei, sondern bei dem katholischen Kartellverband, wie heißt das, mittelschüler Kartellverband? Bei so FPÖ-Sitzungen fühlen Sie sich doch nicht manchmal als Außenseiter. Im Ganzen gar nicht. Die Verbindung hat nichts mit der politischen Gesinnung zu tun, muss ich auch sagen. Entschuldigung, dass Sie mit vollem Mund nicht sind. Nein, ich tue ja auch. Ein schön groß von meinem Onkel, der Sepp, der ist ja glaube ich schon länger blau als wie Sie, der ist schon ewig schon, also immer ein fester FPÖ-Anhänger, nicht ein fester FPÖ-Anhänger, nur jetzt sagt der Onkel Sepp, er ist ja nicht ganz sicher, ob er noch einmal die FPÖ beenden soll, aber seiner Meinung nach seid ihr mittlerweile viel zu links. Also. Muss ich ihm sagen jetzt an. Seid ihr doch rechts, oder? Sag mir einmal, wieso wir links sind. Oder bei welchem Bereich, weil in gewissen Bereichen hat er vielleicht sogar... Ja, Kaiski würde ich Strache wählen, das hat mein Onkel ja gar nicht gefühlt. Ich sage einmal, von diesem Links- und Rechts-Schema sollte man wegkommen, ja. Sagen wir es gerade so, welche Partei gibt noch Wurzeln und welche entwurzelt, ja. Und die Freiheitlichen sind sicher welche, die noch eine Heimat, den Heimatbegriff leben. Ja, nicht nur irgendwo plakatieren, sondern seit jeher auch diesen gelebt haben. Das wollen die, die anderen auch Heimat. Ja, nur die plakatieren, ja. Und Sie wollen sozusagen jetzt dann Landeshauptmann werden, oder wie schaut es aus? Weil Sie haben ja gesagt, Sie wollen als Zweiter auch Landeshauptmann werden. Gibt es da schon so Abstimmungen mit Dirk Schwarzen oder was? Es gibt keine Abstimmungen. Es ist von der Verfassung her möglich, wenn der Erste bei den Verhandlungen scheitert, dass auch der Zweite, wenn er es zusammenbringt, eine Mehrheit da zusammenzubringen, dann auch Landeshauptmann werden kann. Also die Verfassung gibt es her, theoretisch ist das möglich. Wichtig ist, dass es im Land, was bewegt wird. Und was dieses Land nicht mehr braucht, ist eine Linksregierung, ja. Jetzt haben Sie gerade früher gesagt, rechts, links darf man nicht. Jetzt haben Sie gesagt, eine Linksregierung ist nicht gut. Ja, gut, dann sagen wir, eine Regierung von entwurzelnden Parteien, die vom Heimatbegriff nichts halten, Kärnten zum Sozialamt für die ganze Welt machen wollen, aber nicht mehr auf die eigenen Leute schauen. Und ich glaube, wir haben so viele Probleme im eigenen Land, im Sozialsystem, im Gesundheitssystem, im Bereich der Sicherheit, dass wir zuallererst einmal auf die eigenen Bürger schauen sollten und diese Hausaufgaben in der Politik erledigen, bevor wir versuchen, die ganze Welt zu verbessern. Sie plakatieren ja, Stillstand beenden, Zukunft gestalten. Heißt das, Sie wollen den Stillstand in Ihrer Partei jetzt beenden und in Zukunft gestalten, sozusagen? Nein, also wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, einen... In den letzten Jahren haben Sie es gemütlich gemacht, eigentlich nicht mehr. Sie waren jetzt nicht so in der Regierung drinnen, ne? Und was ist in der Melanesradfahren? Was für was? 2006... Nein, für was? Für was? Im Jahr 2016 bin ich ja jagdliche Angelegenheiten, Verkehrssicherheit, Verkehrsrecht, Nationalpark, Biosphärenpark, Naturpark in Kärnten, legales Glücksspiel und, 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 und. Also es sind schon einige... Also quasi, wenn man jetzt von Studenten her redet, Orchideenfächer sozusagen, ne? Äh, die, wo man sagt, ne? Nein. Das wird landläufig vielleicht das eine oder andere so gesehen, aber gerade Verkehrssicherheit, Verkehrsrecht geht uns wirklich überall an, ja. Wie hoch schätzen Sie denn die Chancen ein, dass ich landläufig habe werden? Haben Sie dort, mein... Ich muss jetzt schon einmal sagen, die FPÖ in Kärnten, Beliebtheitswerte, die haben doch auch nicht ein bisschen was verbockt, ne? Dass Sie es doch noch in den Kopf drinnen, glaubst du ja, dass ich das jetzt so überdünken könnte und trotzdem gewählt werde. Ich habe ja gerade vorher schon versucht anzufangen... Ja, ich rede so viel, ich muss ja wieder abreden. Ja, im Endeffekt war es so, dass wir in den letzten Jahren wirklich auch einen Boxenstopp hinter uns gebracht haben, uns inhaltlich und personell erneuert haben, voller Datentransit. Sie sind aber schon seit 2006 dabei, oder? Ich bin seit 2006 dabei. Also sind Sie keine Erinnerung? Ich bin... Ich habe wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr viel auch dazulernen dürfen im Parlament, ja. Ich bin Vorsitzender der FPÖ im Hypo-Untersuchungsausschuss gewesen und war Sicherheitssprecher der Bundespartei im Parlament. Das heißt, ich habe wirklich versucht, dort mir sehr, sehr viel anzueignen, mit privaten Kursen auch noch darüber hinaus. Aber wenn Sie jetzt sagen, stillschneid, was hätten denn jetzt die tun sollen? Das ist ja kein Geld, das habe ich erst schon hier verbraten, das war ja nichts da. Nein, ist ja... Wie viele Milliarden haben wir jetzt mir entschieden überhaupt? Ja, einige Milliarden und die letzte Milliarde, die jetzt die Sozialdemokratie in Richtung Wien verschenkt hat, die hätten wir uns auch sparen können. Wenn jetzt gut groß über die Sache gewachsen ist, kämen dann der Uwe Scheuch und der Dörfler wieder zurück in die Partei, oder sind die jetzt in der Renten? Die Kollegen im Dörfler und Scheuch haben sich aus der Politik zurückgezogen, ja, und haben überhaupt kein Interesse und vermutlich auch keine Ambition mehr, auch noch irgendwas in der Politik zu machen. Aber ob Sie da nicht... Ich meine, die haben schon, das ist mir jetzt wieder zugegeben, dass da ziemlich dober Sticks haben, sich gekauft um 11.000 Euro und so Sachen, ob Sie da nicht mit denen mehr geschimpft oder was der Teufel was? Es gehört, dass ich relativ locker in der Toschen gesessen bin, meine Kollegen, oder? Die Themen, die jetzt angesprochen werden, also wenn es Versäumnisse oder dort Fehler gegeben hat, ist auch da entsprechend der Rechtsstaat beim Aufarbeiten dieser Themen, ja. Mehr habe ich dazu jetzt nicht zu sagen, weil die Personen jetzt auch schon längere Zeit überhaupt keine Rolle mehr in einer freiheitlichen Partei in Kärnten spielen, ja. Jetzt können wir noch zu anderen Parteien, ich arbeite jetzt vielleicht in der nächsten Periode mit den Gönsamen, wenn ich jetzt so sage, welche Partei, was haben Sie zum Beispiel Positives an der SPÖ? Was fällt Ihnen da eine kurze Antwort, bitte? Ja, bei der SPÖ ist es, wenn dann, eh noch eine kurze Antwort, ja. Wir haben das eine oder andere Thema, das uns in der SPÖ mit dem Freiheitlichen verbindet und das wird vermutlich auch im Bereich der Sozialpolitik mehr sein als mit der Volkspartei. Ja, wir wissen das bei euch, ich war jetzt auch gerade einmal orange vor kurzem noch, jetzt ist doch schon wieder eine Weile her, dass ihr FPÖ seid, mit vorher BZÖ, FPK, FPÖ, jetzt wird es doch wieder mit Zeit sein abspalten, wann ist denn so weit? Gut, ich bin seit Anfang der 90er Jahre bei den Freiheitlichen in Kärnten dabei, das hat sich seit damals nicht geändert. Ja, aber es hat doch jetzt schon fünf Parteien, also fünf Namen gehabt, ne? Nein, wir waren immer die Freiheitlichen in Kärnten, es hat eine Kurzwahlbezeichnung gegeben. Eine andere Verpackung hat es quasi gemacht. Ja, das war aber auch nie ihr Geheimnis, das war auch immer nach außen auch die Kampagnenbezeichnung, ja, wie wir dann auch entsprechend aufgetreten sind, aber in Kärnten hat es immer die Freiheitlichen in Kärnten gegeben und ich habe seit damals bis heute immer auch auf das gleiche Konto meinen Mitgliedsbeitrag eingezahlt, seit Anfang der 90er Jahre. Das hat sich nie geändert, ja. Ja, das würde ich auch noch fragen, und zwar, angenommen, Sie gewinnen eine Wochenende von der Almhütten oben, gemütlich mit Butler und so, gut zu essen, für zwei Personen, der Nachteil ist, Sie müssen einen von Ihren politischen Konkurrenten mitnehmen. Wenn wir uns da mitnehmen? Auf der Almhütten brauche ich keinen Butler. Das haben wir selber auch nicht auf der KM und das genieße ich dort, dass es dort ein bisschen reduziert ist. Wenn wir uns da mitnehmen. Von den politischen Mitbewerbern? Ja. Gute Frage. Vielleicht sogar den Rolf Holup, ja, weil das ist ja gerade garantiert, ja, das ganze Wochenende, wir haben eine Hetz, ist alles nicht so ernst, das muss ich mir immer auf der anderen Seite in der Politik aber vorwerfen, ja, weil er solltet sich dort ein bisschen ernster nehmen und das ist nicht immer alles Kabarett, aber sonst könnte ich mir schon vorstellen, dass es ein recht witziges Wochenende wäre, weil ich ihn so ja menschlich sehr mag, ja, auch wenn man politisch auch, Welten auseinander sind. Also kann man sagen, blau-grün, privat durchaus möglich? Privat ist mit jedem etwas möglich, also ich bin auch mit dem Peter Kaiser, glaube ich, privat in einem sehr guten Gesprächsverhältnis auch mit dem Christian Banger, das heißt, da trennt uns eigentlich nichts, also wir kommen da sehr, sehr gut miteinander. Gut, jetzt haben wir, glaube ich, relativ viel geredet, gell, Sie reden ja sehr gerne, jetzt mal aufzuführen, jetzt sind wir erst schon am Ende unseres Gesprächs, gell. Nein, darf ich noch einen Witz erzählen, einen kurzen, und zwar treffen sich der Daubernig und der Schalch, sagt der eine zu einem, und, was ist dein Lieblingsgericht? Nicht so jemals, oder? Ich hab mir da unterbringen müssen, aber jedenfalls eine kurze Frage habe ich noch, jetzt lacht er doch, ne? Eine Frage habe ich noch, falls das mit der... Ich hoffe, da haben wir noch ein paar Lachen, ja, ist ja, ist ein interessanter Zugang. Ich werde es mir anschauen auf Facebook, wenn ich dann wieder gelüncht werde, aber ist eh wurscht. Eine Frage habe ich noch, falls jetzt im März die Landtagswahl nicht so gut ausgeht für Sie, haben Sie schon einen Plan B oder so? Gehen Sie wieder in den Nationaltasen, oder bleiben Sie in Kärnten? Nein, Plan A und Plan B, das ist reserviert für Kärnten und Sonstige, ja. Sie haben einen Zähnen. Nein, ich schaue mir die Wahl jetzt einmal an, ja, versuche die Themen hinauszubringen und den Wettkampf der besseren Ideen auch für uns zu entscheiden. Ich bin auch sehr zuversichtlich, dass Kärnten, wie gesagt, eine Veränderung ebenso wählen will, wie es auch schon der Bund gewählt hat. Und danach schauen wir weiter. Aber ich gehe davon aus, dass es eine erfolgreiche Wahl auch für die Freiheitlichen wird, damit auch eine erfolgreiche Wahl für das Kärntnerland. Und was schlussendlich, ja, sei es drum, ja, bei einem anderen Wahlausgang passiert, das wird man sich dann auch anschauen müssen. Ich bin auf jeden Fall keiner, der irgendwas vorhersagt, weil ich habe von meinen politischen Mitbewerbern schon gehört, wenn das eine oder andere scheitert, sind sie sofort Klubobmann im Landtag und sonst was. Ich sage, das entscheiden noch immer andere und ich weiß auch nicht, ob mir dann auch so etwas noch überhaupt gefallen würde. Ich muss ja nicht immer alles gleich auf den Moment beantworten können. Ich habe eine gute Ausbildung, ja, es ruft auch die Privatwirtschaft. Die rufe habe ich bis jetzt aber überhört bewusst, ja, sondern ich schaue, dass ich in der Politik noch viel bewegen kann und ich bin voller Tatendrang, mit dem Freiheitlichen in Kärnten noch viel zu bewegen. Gut, dann sage ich Dankeschön für den Besuch. Schön, dass Sie da sind gewesen. Noch schöner ist, wenn Sie wieder weg sind. Dankeschön. Prost, Servus.